yo leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von 1 gegen 1 tatsächlich steht nicht im upload plan muss aber jetzt mal hier erhalten ausnahmsweise weil der tiny server offline ist und deswegen bräuchte ich einen ersatz weil sonst wieder das video ausfallen und dann wird mich der iglz wieder rasieren und deswegen machen wir jetzt 1 gegen 1 und wie lange habe ich gespielt ich weiß nicht wie lange und ja genau da nie richtig gespielt ich so kann nicht mehr viel bock darauf gehabt hier wie langweilig wurde das mit der zeit aber auch so zwischendurch überlegt cooles g zu bringen und die hacker sind auf jeden fall wieder am start krieg direkt im downrank toll abbeginn ich habe auf jeden fall gedacht kurz g oder 1 gegen 1 als er sowieso dienstag als gegen 1 tag und dann passt das ja ganz gut und jetzt möchte ich gerne den kampf gewinnen ich komme ja gar nicht mehr klar alter was wenn er verblungen sei doch mal offline mein freund auf kann ich will meinen vierten level wieder haben ich finde ich so einen dämlichen downrank ey da muss sowieso ein rank-kampf sein na stimmt ich kann ja die alle können ja rank-kämpfe ich weiß wie gut das könnte eigentlich ich bin schon altem sowieso hier fährt auf eisenrüstung kaiser oder gewinnen für den king das ist kein rank-kampf das ist ein rank-kampf das ist ein rank-kampf ey ach du scheiße ey was denn hier das ist ja hier das ist ja hier ein ein haus bauen ich war mit monkex oder so ich weiß ob das aufnahme ist ich war mit monkex irgendwie hier so ein haus gebaut ich weiße mit lukas survive ja ein nervt jetzt hier auch Sashock so ein haus hier in die fresse kriege ich mein freund dumm komm schon oh ja ich bin der oberkiller komm zu bock das hat dieses niveau das sieht gar kein niveau hier in eins gegen eins oder friends oh die sind die lebs hier was soll das also hier wenn ich die skills mache ich weiß nicht wo er ist jetzt haben wir ihn wischt Den Filmen wissen jetzt genau, wo die Hände laufen müssen Oder was war die ihr? Ja, Bro Hab ich dich, ne? Na, Brattern? Schlecht aus für dich, mein Freund Och, ich kann nicht hüpfen, ey Ooooooh, mies Oh, was ist denn diese Kämpfe? Die sind so Spinnenweben Och, mein Gott, ich werde natürlich auch Ach, scheiße, ey Die gehen ja wieder ab Die kommen mir alle gar nicht mehr klar Ich hätte wieder in die Hand gespielt hier gerade Ich bin viel zu heftig, ne? So, Seorus hat 20 Kämpfe gewonnen, ist auch so ein Hacker, wahrscheinlich Ich weiß nicht, wie im B-Modus kann man so gut hacken, ne? Ha, jetzt hab ich dich, ha Du hast keine Chance mehr Ha, da Ja, komm, einmal mal noch Wenn, so'n schönen Kit, oder so Ich weiß gar nicht, wie mein Kit überhaupt aussieht Och, ich will dasselbe hier Och, Mann Das ist so langweilig, das Kit Geht man so rasiert, ne? Alter, guckt euch das mal an Ich komm mir gar nicht alle Och, 80 Kämpfe in Folge Frostblau Alles klar, 40 Kämpfe in Folge Ich bin weg Ich bin weg Ich bin weg Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal